Ja, hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hier machen wir jetzt unser erstes Video. Generell, es wird ein HIT-Workout über 10 Minuten. Zwischen den Sequenzen haben wir dann keine Pause. Also die Pause bespricht ist eigentlich 20 Sekunden. 20 Sekunden Pause bei uns sind dann 20 Sekunden leicht auf der Stelle ein bisschen joggen. Ja, dann erstmal zu meiner Person. Ich bin Florian, ich mache jetzt knapp seit letzten Jahres August-Sport. Das ist mein Bruder, stellt sich kurz selber vor. Dann geht es auch schon los. Ich bin Marius, ich mache jetzt seit ungefähr ein halbes Jahr Sport im Fitnessstudio hauptsächlich. Aber da jetzt momentan die Lage nicht gegeben ist, probiere ich einfach mal ein bisschen Kalisthenik aus. Und starte mit meinem ersten HIT-Workout. Ja, ich würde sagen, dann startest du den Timer, dann legen wir auch direkt los. Unsere erste Übung werden dann Squats sein. Und dann geht es halt weiter. Ich werde immer die Übungen inzwischen durchsagen, was als nächstes kommt. Ja, und dann viel Spaß beim Mitmachen. Dann würde ich mal sagen, let's go, ne? Let's go. So, noch acht Sekunden auf der Uhr, dann geht es schon los. Macht euch bereit, stellt euch was zu trinken hin. Ich würde sagen, auf geht's mit Squats, oder? So. Und immer schön runter. So muss das sein. Das war mal ganz anderes als hier. Ja, das soll ja auch mal ganz anderes sein. Das ist immer noch ein bisschen zu hier. Jetzt haben wir noch 17 Sekunden auf der Uhr. Sollte langsam anfangen bei euch ein bisschen den Oberschenkeln zu brennen. Dann macht das genau richtig. Ja, brennt ein bisschen. Sollte. Noch vier Sekunden. Und 20 Sekunden laufen. Das ist jetzt unsere Pause. Als nächste Übung machen wir den bekannten Entengang. Ja, quasi bis auf den Boden mit den Arschheisen. Und ein bisschen durch die Gegend spazieren. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und los geht's. 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 20 Sekunden, Jungs. Sehr heftig. Meine Oberschenkel fangen schon an zu brennen. Acht Sekunden noch, Leute. Weiter kämpfen. Vier. Zwei. Eins. Und los geht's. Oh, ihr merkt das. Das brennt wie Feuer. Und laufen. Zehn Sekunden Pause. Sieben. Und los geht's. Nach den Endbedingungen merkt man die noch besser. Boah, leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend wird. Wir sind ja noch am Anfang. Wir haben ungefähr drei Übungen für die Beine gemacht. Dann drei für die Brust, Oberkörper. Und dann natürlich das gute alte Sixpack. Fünf Sekunden noch, Leute. Zwei, eins. Und laufen. Jetzt noch ein Trinken dabei. Zehn Sekunden. Mit Judan. Was haben wir denn jetzt? Liegestützen. Ja, ich würde sagen, machen wir mal so viele Liegestützen, wie ihr könnt. Und los. Ja. 15 auf, Leute. 10, 9, 8, 7, 5, 3, 1, und laufen. Die nächste Übung wird sein, die Arme so schnell auf und zu zu machen, wie ihr nur könnt. Fangen an in 3, 2, 1, go! Schön weit nach hinten, weil ihr auch die Spannung und Gehlung spürt. 20 Sekunden noch, Leute. Weiter kämpfen! Bisschen nicht warm? Doch. Bisschen. 3, 2, 1, und laufen. Oh, also mir ist schon ganz schön warm. Wie wird es anstrengend? Und mir ist schon warm. So, weiter geht's. Ja, mit den Schmetterling quasi. Das Arme so schnell runter, wie es geht. Und dabei schön weiter laufen. 15 Sekunden. Komm weiter. Durch halt. Wie man sieht. Gebt nochmal alles. Hebt nochmal richtig ab. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Und 20 Sekunden Pause. Laufen quasi. Ich hebe ab. Als nächstes kommen fucking Burpees. 40 Sekunden fucking Burpees. Ich bin zwar schon zerstört, aber gib ihn. Ah, ja. Sehen Sie? Zehn Sekunden noch, Leute. Weiter kämpfen. Und laufen. So, jetzt kommen wir schon zu den letzten drei Übungen. Wir betreffen Pfeil in den Bauch für ein schönes Sixpack. Weiter geht's in sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Also Mode End. Hinlegen, rein in die Luft, vorne zusammen klatschen. Guck mal vor wie ein Viech dabei. Sollst du ja auch schwimmen, ich weiß. Wann hab ich mich denn mal eingelassen mit dir? Wenn nix kommt nix. So ist es. Und laufen. Danach geht's weiter. Jetzt zittert 45 Degrees. Schön viel trinken dabei. Trinken ist erlaubt. Vier Sekunden, Leute. Weiter geht's doch schon wieder. Ab auf den Boden. Ab auf den Boden. 45 Grad. Und hoch. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Und wie auch. weiter kämpfen 10 Sekunden und 20 Sekunden laufen dann kommen wir zur nächsten Übung so muss es sein schon das Knie hoch zur Brust 20 Sekunden nochmal beißen 10 Sekunden Leute weiter kämpfen zieh, 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 zieh und Ende so das war es jetzt zu unserem Workout wie man vielleicht sehen kann wir sind noch keine Profis wie gesagt wir machen das ganze gerade mit Video zum ersten Mal an sich die Ausführungen ich mache es jetzt ein halbes Jahr für meinen Bruder ist es quasi das erste Mal überhaupt einen HIT Workout zu machen ja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wenn ihr Bock habt abonniert uns kommt wieder von uns hört ihr auf jeden Fall noch und schreibt mir gerne was in die Kommentare vielleicht Verbesserungsvorschläge nehmen wir dankend an und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag ja und eventuell auch direkt noch was wir als nächstes für Videos produzieren sein jetzt gönne ich mir erstmal einen schönen Shake und das war es